Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, stream ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute gibt es mal wieder eine wunderschöne AFK-XP-Map. Wie ihr seht, ich bekomme gerade die ganze Zeit XP und zwar alle 5 Sekunden. Bevor ich es vergesse, den Map-Code zu dieser Map gibt es in der Videobeschreibung für TikTok. Unter dem Video ist der Map-Code verlinkt. Und ja, ich stehe hier rum oder laufe gerade rum und kriege AFK-XP. Hier kann man wiederum Münzen einsammeln für weitere XP. Okay, das ist aber jetzt ein kleines Problem. Ich kann euch nämlich nicht zeigen, wofür die Münzen sind. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir kriegen hier AFK-XP, wenn wir einfach nur rumstehen und nichts machen. Die Münzen wiederum, die man da einsammeln kann, kann man hier bei der Hilfe ausgeben. Und da kriegt man tatsächlich noch weitere XP. So eine ähnliche Map hatten wir schon einmal. Nur seltsam, dass man hier keine weiteren Münzen... Ach, so kriegt man weitere Münzen. Aha, schau an. Dann machen wir das doch mal ganz kurz, um zu zeigen, dass wir noch Dings bekommen. Wow. Ich brauche nur 50 Münzen, hallo. So, einmal noch. Ihr seht, ich habe gerade für nichts tun 2000 EP erhalten. Hallo, hörst du jetzt mal auf. So, jetzt haben wir die 54 Münzen. Und jetzt werde ich euch zeigen, für was die Münzen noch gut sind. Wir gehen einmal zurück, aktivieren hier einmal den Hilfe-Button. Und wir kriegen weitere XP. So, da wir wieder Münzen brauchen, geht es wieder hier hin. Einfach die ganze Zeit hin und her bouncen, Münzen einsammeln. Und nebenbei AFK-XP-Farm. So. Wenn euch das Video gefallen hat auf TikTok, macht das Herzrot das Plus weg für YouTube. Lasst einen Daumen nach oben da. Folgt mir. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch einen wunderschönen Tag wünsche. Bis zum nächsten Mal.